Es ist natürlich sehr einfach, aber wer einfach zu viel Kraft hat, gibt es einfach eine Luxusbewegung und sie schleudert einfach den Arm nach vorne. Bei Uraken, es ist zwar so eine Bewegung, aber der Ellbogen, der Ellbogen verläuft uns so, sondern der Ellbogen geht natürlich zuerst, nicht den Arm zu früh öffnen. Und bei Stoji genau das Gleiche. Es ist zwar so, es ist natürlich die Möglichkeit, so den Stoji zu machen, aber wenn wir versuchen, im Training die Bessigs zu machen, versuchen wir genau diesen Verlauf zu beachten. Genau das Gleiche. Beim Treten. Das ist der Kerkreckenverlauf, vorgegeben. Deswegen natürlich, wenn der Fuß zu spät angezogen wird, dann verlassen wir schon den Verlauf und von dort aus treten. Und deswegen, am Anfang, wie man das Bein anzieht, so schnell wie möglich, so klein wie möglich, zusammenbringen. Bei der Maulachigen, wenn du die Bein anziehen kannst, es ist, wenn du die Bein anziehen kannst. Also wenn du die Beine anziehen kannst, dann Adams in der Hand, dass er sichuyorsun kann und dann aus zu viel zu weit entfernen ist. Der Maulachigen, das Ellenbogen, also stark ist. Und jetzt ist das alte Bein, wie man das stripe lernt. Und dann in der Hand. Es ist keine Linie, sondern mehr eine Lecke. So. So. So, wo auch. So weit vorbei. Und rein. Bei Kekomi genau das gleiche. Und da einfach diesen direkten Verlaufen. Das heißt, dass Sie die Bekurse in diesen langsamenudo befinden. Das heißt, das ist die Bekurse. Der Bekurse, die Bekurse und die Bekurse. Das ist nicht einfach nach unten schlafen. Das ist nicht einfach nach unten schlafen. Das geht nach vorne. Bei der宇宙腱 genau das gleiche. Zusammen mit einem kaffee! Er ist nicht so ähnlich wie Ironik! Entschuldigung, dass er die auseinandergebracht hat! Der anbetter die ich anbetter!